Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder eine ganze Menge Schnipsel mitgebracht von den Anrufen, die nicht für ein ganzes Video reichen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ja, was denn? So, sagen Sie mir, was denn? Das will ich auch wissen. Hä? Was für Dinge? So, ich wollte deine Stimme hören, deswegen rufierst du sie wieder an. Ach so. Ja, genau. Ja. Ich möchte mal auf deinem Video. Ja. Aber wann werden Sie das kosten? Na, so ungefähr in einem Monat. Eine lange Zeit, ja. Wir rufen noch viele Leute an hier. Aber wieso postest du es morgen vielleicht? Nee, morgen schaffe ich nicht. Morgen kommt ein anderes Video. Echt? Ein anderes Video morgen, ja? Ja. Genau. Ich warte dann. Aha. Tschüss. Ja, winke winke. Ja, solche skurrilen Anrufe habe ich tatsächlich als Pass hier auf meiner Leitung. Aber machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit meinem Gerold? Ja, hallo. Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Rian und ich melde mich von der Firma Solidstocks her, weil Sie Interesse an unserem Online-Plattform gezeigt haben. Na ja, hm, fein, ja. Bitte? Ja, ja, hm. Ja, ganz kurz bitte. Ja. Der Rio ist wieder dran. Ja, hallo, 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 hallo. Ganz kurz, haben Sie bitte Geduld. Ja, worauf soll ich mich gedulden? Ganz kurz bitte. Ja, warum? Worauf soll ich denn warten? Ich habe hier eine Nachricht mit Gratulationen. Ich werde kontaktiert, steht hier. We will be contact you very soon. Tja, da wird er wohl mitbekommen haben, dass wir wohl schon mal miteinander telefoniert haben. Hätte man den Anruf vielleicht ganz sein lassen können, aber das ist wieder so ein Beweis dafür, dass die Calls bei denen automatisch hochgehen und die sich, ja, nur freischalten und dann der nächste Kunde oder, ja, das nächste Opfer in der Leitung landet. Ja, und dann muss er halt eben zusehen, wie er weitermacht und hier scheint es so, als wäre dann aufgefallen, dass er wohl schon das ein oder andere Mal mit mir gesprochen hat. Schönen guten Tag, Herr Steiner. Mein Name ist Michael Süsse von Bitcoin Profit. Ah, ja. Sie haben sich bei uns registriert, glaube ich, und glaube ich zweimal, ne? Das kann sein. War das richtig? Ja? Und, Herr Steiner, wie dürfte ich Ihnen behältlich sein? Weiß ich nicht, er ruft mich doch an. Ach so, haben Sie Fragen diesbezüglich? Also, haben Sie schon Erfahrung oder ist das Neugebiet für Sie? Ja, ist alles Neuland. Okay, prinzipiell haben Sie die Möglichkeit, also völlig automatisch mit dieser Software zu treten, ja? Ah ja, prima. Sie würden dann, ja, also diese Software ist ein Algorithmus, ja? Der die vorausgegangenen Trades berechnet und eine Prognose für die Zukunft erstellt, ja? Und wenn Sie ein starkes Signal bekommen, eröffnet die Software einfach eine Position für Sie. Einfach so? Ja? Ohne, dass ich gefragt werde? Ja, natürlich, also das ist völlig automatisch. Ah ja, okay. Ja, natürlich, wenn Sie möchten, können Sie auch manuell handeln, ne? Ja. Also, aber wenn Sie mit der Software handeln möchten, ja? Ja, ne, ich mag das schon, wenn man, ich mag das, wenn man mich nicht fragt, oder es dann einfach macht. Das ist schon gut, ja. Ja, und die Software trädet hauptsächlich mit Kryptowährungen, ja? Mit Bitcoin oder so. Ja. Ethereum, Ripple und viele andere. Ja, dann... Und, äh... Ja. Ja? Und Sie bekommen auch Beratung und Anleitung, ne? Für die ersten Schritte, ja? Okay. Sie werden von einem deutschsprachigen Handelsexperten betreut und Sie könnten bei Interesse mit 250 Euro einsteigen. Ja, so einen nehme ich auch, ja. Ja. Äh, sieht das interessant für Sie aus, Herr Steiner? Ja, ist spannend. Ja, wollen Sie Ihr Konto aktivieren? Ja. Mit 250 Euro? Ja, ja, klar. Ja? Und, äh, wie wollen Sie Ihr Konto aktivieren? Wir haben PayPal, wir haben Kreditkarte. Was wäre interessant? Ich würde hier mal PayPal ausprobieren, ja. Ja, ich schicke Ihnen jetzt einen Link, ja? Ja, und das können Sie, äh, mit Leichtigkeit dann erleben. Wie kriege ich den denn? Also, ich schicke Ihnen, äh, an Ihre E-Mail hat es einen Link jetzt, ja? Oh, ist das, ob das noch eine gute Idee ist mit E-Mail? Weil E-Mail dauert bei mir, E-Mail dauert bei mir immer mindestens 10 Minuten, bis das da ist. Ach so, also, ja, ja, also wir haben keine andere Möglichkeit, ne? Ich habe Ihre E-Mail. Ich habe zwei E-Mails von Ihnen, ne? Ja, das können Sie in fünf Minuten erledigen. Ja, okay. Ist es okay für Sie? Ja, klingt gut. Gut? Ja. Gut, ja, dann sage ich bis dann, ne? Ja. Bis dann, ja, auf geht's. Tja, das sollte jetzt hier ernsthaft ein Verkaufsgespräch darstellen. Ich weiß zwar nicht so richtig, ähm, was ich jetzt aus dem Gespräch gelernt haben soll, aber unterm Strich habe ich ja als Kunde, also aus der Sicht des Kunden, nichts kapiert. Der labert mich ja eigentlich nur voll mit irgendwelchen Blabla und will mir eine E-Mail zu schicken und Geld haben und, naja, das war es dann eigentlich schon mit dem ganzen Gespräch. Das ganze Gespräch hat nur den Zweck dazu, dass er mich gefragt hat, ob er mir das Peanel zu schicken soll. Na ja, gut, dann machen wir mal weiter. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Alex Ruiz ist mein Name, aus dem Hause Infintix. Mhm. Äh, Herr Steiner. Mhm. Ich höre Sie doppelt. Mich hören Sie doppelt? Genau. Keine Ahnung. Hab ja noch gar nicht viel gesagt. Genau, weil er mich doppelt hört, ist das dann auch ein Grund aufzulegen. Vor allem finde ich ganz komisch, dass er mich doppelt hört. Wenn, dann hätte er doch eher sich doppelt gehört, aber ich weiß es nicht. Also ich habe hier nichts Doppeltes gehört und ich weiß nicht, was das sollte. Aber, naja, typisch für die Betrüger. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Herr Steiner? Ja. Deine Lorenzen-Apparat. Grüße Sie. Ja. Herr Steiner, ich habe gesehen, dass Sie ja bei uns ein Profil erstellt haben. Mhm. Können Sie mir bitte auf den Lautsprecher wegmachen? Nee. Weil ich höre, das ist nicht so gut, deswegen ja. Nee, das kriegen wir nicht geändert. Aha, okay. Sie haben ja bei uns ein Profil erstellt, wie kann ich an Sie ja bei Hilfe sein? Weiß ich nicht, Sie haben mich doch angerufen. Wie wollen Sie mir denn helfen? Genau. Ob Sie ja irgendeine Frage haben, weil Sie haben ja nur den Profil erstellt, nach der Werbung, was haben Sie angeschaut? Ach so, nee. Ach so, nee. Das, äh, ich habe mich da erst mal angemeldet, ja, und dann bin ich auf Toilette gegangen. Und dann? Ja, jetzt haben Sie schon angerufen. Okay, folgendes. Aber Sie waren ja einmal mal im Winter. Was? Sie haben ja den Erkund geöffnet, so gegen 9 Uhr. 9 Uhr 17. Ja. Ja, ja, ist richtig. Okay. Herr Steiner, was für ein Betrag würden Sie denn einsteigen? Was muss ich denn? Nee, äh, es ist ja hier kein Muss, sondern falls Sie haben, was Sie haben, was Sie haben, Sie natürlich hier weiter profitieren wollen, beziehungsweise sobald Sie natürlich hier handeln. Ja, und das war ja das, da wo man hier so eine Million kriegen kann, Stand ja da. Falls Sie Erfolg haben, ja, mit dieser Summe nein. Und mit welcher Summe habe ich denn Erfolg? Erfolg, es ist ja natürlich nur der Mindestvertrag von 250 Euro. Ja, da Stand da kann ich mit, äh, Millionen machen, Stand da in der Werbung. Es kann mal, aber sobald Sie natürlich, ich weiß nicht, was Sie ja natürlich jetzt handeln würden. Na, da Stand garantiert. Garantiert mit 250 zum Millionär. Garantiert? Da Stand garantiert, ja. Es steht ja natürlich die Garantie, dass für Ihres Geld ist. Herr Steiner, können Sie mir bitte Wecktung von den Lautsprecher oder ich werde dir auflegen? Nee, ich habe ja nur, also ich habe keinen, keinen Abend, deswegen muss ich das auf Lautsprecher machen. Okay, dann haben Sie auch keinen Platz für hier. Weil Sie werden ja natürlich verifiziert, nee. Warum nicht? Dann haben Sie ja, nee, dann haben Sie ja keinen Platz hier. Warum nicht? Ich will nicht, nee, Sie haben ja nicht die Möglichkeit hier, deswegen ja. Ja, aber warum? Weil Sie müssen ja verifizieren. Ja, kann ich doch trotzdem. Nein, warum nicht? Bei uns, nee. Warum darf man mit nur einem Abend bei Ihnen das nicht registrieren? Weil wir, nee, weil wir sind ja ein lizenziertes Unternehmen und dann folgt die Kamera und deswegen haben wir natürlich hier Datenschutz, hier haben Sie nicht die Möglichkeit. Ja, das kann ich doch aber trotzdem, kann ich doch aber trotzdem machen. Okay, machen Sie es dann irgendwo anderes bei uns bitte nicht oder können Sie auch ruhig irgendwo ein anderes anrufen. Wie meinen Sie das? Das war ja bitte für die Störung. Also wollen Sie mich nicht mitbetrügen oder was? Tja, das ist eigentlich ganz logisch, ne? Also wenn ich nur einen Arm habe, dann darf ich da nicht mitmachen bei der Geschichte. Denn das geht ja wegen dem Datenschutz nicht. Ist der so doof oder ich weiß es wirklich nicht. Ich erzähle ihm, ich habe nur einen Arm und kann deswegen nur auf Lautsprecher telefonieren. Und der sagt mir, ja, dann kann ich nicht mitmachen. Kapiere ich irgendwie nicht. Und dann hat er mich ja angerufen, um mich zu fragen, ob ich irgendwelche Fragen habe. Auch das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Das ist immer wieder das Gleiche mit diesen Betrügern. Die stellen einen ganz dumme, plumpe Fragen, worauf man eigentlich überhaupt gar keine Antwort hat oder selber auch überhaupt gar keine Frage dazu hat. Ich verstehe es nicht. Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Aber naja, scheinbar werden sie ja damit Opfer finden. Guten Tag, Alex Ruiz ist mein Name aus dem Hause Infintex. Ich spreche Gerold Steiner. Wunderbar, ja, gerade eben war irgendwie die Verbindung weg. Ach so. Herr Steiner. Ja, da hat irgendwer anders dann angerufen und der hat mich angepöbelt. Okay, das weiß ich nicht. Ja, der meinte, ich soll meine Mutter schicken und meine Mutter ist ein Hure und so. Alles klar, Steiner, ich verstehe schon, ja. Hat irgendjemand angerufen und war dann, weiß ich nicht, komisch am Telefon. Alles klar. Ja, und was kann ich jetzt für Sie tun? Ich würde sagen, den haben wir erfolgreich überfordert und der wusste überhaupt nichts mit mir anzufangen und hat lieber ganz schnell aufgelegt, bevor er in irgendwelche Diskussionsnöte mit mir kommt. Naja, machen wir mal weiter. Und so besser? Ja, ich glaube ja. Okay, super. Dann versuchen wir bitte noch einmal. Jetzt höre ich Musik wieder. Hören Sie Musik? Ja, ich höre Musik und so mache ich auch nicht weiter, weil Musik hören nur Betrüger im Hintergrund. Moment mal bitte. Das habe ich bei YouTube gesehen. Da ist so ein Kanal und der erzählt immer, wenn da Musik im Hintergrund läuft, bei einer Hotline, dann sind es Betrüger. Nein, nein, keine Musik haben wir ja. Doch, da ist Musik. Da ist immer noch Musik. Dann verstehe ich nicht. Wir haben jetzt keine Musik. Nee, aber bei Betrüger zahle ich kein Geld ein. Das mache ich nicht. Okay, dann finden Sie bitte einfach meine Nachricht. Weil ich habe alle geschickt. Ja, wir sind keine Betrüger. Doch, ihr seid Betrüger und Abzocker. Doch, 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 ihr seid Betrüger. Das hat er auf YouTube gesagt. Was hat er auf YouTube gesagt? Na, bei YouTube hat das einer gesagt. Wenn da Musik im Hintergrund läuft, dann sind es Betrüger. Weil nur die Betrüger da im Ausland immer Musik anhaben. In Deutschland gibt es keine Käufe, die die Musik im Hintergrund anmachen. Das gehört sich nicht. Okay, wie Sie wünschen. Wir sind keine Betrüger. Doch, 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 ihr seid Betrüger. Kein Problem. Doch, ihr seid Betrüger. Nein. Doch, doch, wer Musik im Hintergrund anhat im Callcenter, sind Betrüger. Immer. Das hat er auf YouTube gesagt. Okay, vielleicht sollten wir noch einmal später reden. Ja, wenn Musik aus, dann seid ihr keine Betrüger mehr. Vielleicht. Ja, okay. Okay, ich versuche später heute, bis, ja, Nachmittag an. Ja, aber dann ohne Musik. Ohne Musik, okay, kein Problem. Ja. Ja, dann verstehe ich nicht, warum. Ich höre keine Musik und Sie sagen, dass Sie so sind. Okay, ich versuche noch einmal etwas später in einem Jahr. Ja, aber dann ohne Musik und ohne Verarschen. Ja, okay, kein Problem. Ja. Okay? Ja. Ja, tschüss. Okay, tschüss, du Betrüger. Ja, genau. Angeblich läuft da wie immer keine Musik im Hintergrund, aber sie war ganz klar zu hören. Ihr hört die Musik hier weniger, dadurch, dass ich natürlich immer ganz, ganz viele Filter drüber laufen habe, wegen der Copyright-Rechte. Auf YouTube ist es halt einfach nicht erlaubt, dass ich irgendwelche fremde Musik im Hintergrund abspiele, die mir nicht gehört oder wo ich eben einfach die Rechte nicht daran habe. Und, naja, von dem her haben wir, die Musik rauszufiltern, die Musik rauszufiltern, aber ganz, ganz oft hat man da eben Probleme, dass man im Hintergrund dann den ganzen Krach hat. Und, naja, da gehe ich halt gerne auf Nummer sicher und dann machen wir das Ganze eben einfach kurz mit diesen Betrügern. Aber, unterm Strich, ist ja jeder Anruf letztendlich Zeit geklaut. Mit deinem Vater, du kleiner Hundesohn. Hörst du jetzt auf oder soll ich vorbeikommen und deine Mutter ficken, du Bastard? Hey, ich werde nicht damit aufhören. Du Hundesohn, Alter. Warum? Bastard. Ich ficke deine Mutter. Wieso? Ist es doch nervig, dass da immer wieder was drinsteht bei euch? Könnt er dann keine anderen Leute betrügen? Außer deiner Mutter nicht, du Bastard. Und verpiss dich jetzt, hör auf, Anmeldungen zu machen, du Hundesohn. Nein, mach ich nicht. Ich werde mich noch ganz oft bei euch anmelden. Und zur Information, ihr könnt auch die Rufnummer sperren. Davon habe ich genug. Oh, nee, das hat nichts mit der Rufnummer zu tun. Ich habe deine IP und wenn du so weitermachst, fahren wir es zu dir nach Hause. Ja, dann lese mir mal die IP vor von dem VPN, die du da hast. Ist egal, ich habe auf jeden Fall eine IP von dir. Und die IP, die ich habe, werde ich zu dir nach Hause kommen und deine Mutter ficken. Hast du verstanden? Ganz genau. Du kleiner Bastard. Dann geh mal der IP nach. Ich werde mich tausend Anmeldungen machen. Ja, da kommen noch ein paar rein heute. Du kleine Hundesohn. Ich habe heute jede Menge Zeit. Du bist ein Hundesohn. Ganz viel Zeit, um euch die Zeit zu stehlen, dass ihr in der Zeit niemanden anderen betrügen könnt. Das kannst du nicht, du Bastard. Doch, das kann ich. Das kann ich. Und wie ich das kann. Ach ja, wie sagt man immer so schön, wenn der Verstand aussetzt. Na ja, dann folgen halt eben die Beleidigungen. Und ja, das war mal wieder ein super Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Callcenter sich nicht zu helfen weiß und den ganzen Tag Anmeldungen von mir reintrudeln und die eigentlich nur mit mir beschäftigt sind, anstatt Leute zu verarschen. Kann man natürlich mal ein bisschen böse werden. Ich meine, ist verständlich. Naja, aber zeigt ganz gut auf, mit was für einer Firma wir hier telefonieren. Hallo, guten Morgen. Bin ich verbunden mit der Steiner? Hm? Gerold. Hm? Ich grüße Sie. Mein Name ist Mario Scott. Ich rufe Sie von der Firma Finanzen. Ah ja, schön. Hm? Sie haben sich automatisch auf diese Software registriert. Hm? Ja, ich denke mal hier bin ich vermutlich auch wieder ganz schnell aufgeflogen und man wusste nicht, was man mit mir anfangen soll. Also, anders kann ich mir das nicht erklären, warum der so schnell aufgelegt hat. Ja, hallo, guten Tag, Herr Stein. Hm? Guten Tag, mein Name ist Markus Higemann von Golden Gates Global. Sagen Sie mir bitte, hätten Sie jetzt ein paar Minuten mit mir zu sprechen? Es geht um Finanzmarkt, also Börsehandel. Ja, wenn es um den Börsenhandel geht, dann hätte ich gerne, dass wir als erstes die Diskothek im Hintergrund abschalten. Okay, also, Entschuldigung, jetzt hätten Sie ein paar Minuten, weil ich habe Sie nicht gehört. Schlechte Verbindung, ein bisschen. Ja, ich sagte Ihnen, Sie sollen die Diskothek im Hintergrund abschalten, dann können wir uns gerne miteinander unterhalten. Okay, Entschuldigen Sie bitte, die Hintergrund, also jetzt ist es besser? Nö, die Musik läuft. Entweder ihr macht die Musik aus, oder wir unterhalten uns hier nicht. Okay, einen Moment bitte, einen Moment. Ja, Bewegung. Entschuldigung, ist es jetzt besser? Besser? Entschuldigung. Nee, kein Stück, ich höre immer noch Musik. Also, wenn wir hier Geschäfte machen wollen, dann machst du jetzt die Musik aus, aber pronto. Sofort die Musik aus! Musik aus! Warum schreien Sie, Entschuldigung? Weil es hier um Geldgeschäfte geht, da hört man keine Musik im Hintergrund, oder was seid ihr für ein Lutscher-Verein? Musik aus! Aber pronto! Ja, das war dann der Moment, wo ich auch mal sauer werde, weil es geht wirklich gar nicht. Die immer mit ihrer scheiß Musik im Hintergrund und wollen einem hier was verkaufen und wollen auf seriös tun, aber dabei hört man die ganze Zeit eine halbe Diskothek im Hintergrund. Und, also eigentlich unfassbar, was sie mit einem da veranstalten. Und die wollen einem ernsthaft was verkaufen am Telefon und von einem Geld. Also, die wollen sich für eine Bank halten. Ja, und dann hat man da jedes Mal so eine halbe Diskothek. Also, ja, das bringt mich auch mal zur Weißglut. Und jetzt habe ich für euch noch ein paar Anrufbeantworter-Schnitzel. Und jetzt habe ich mich schon mal wieder. Ich bin hier, 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 ich bin hier. Ich glaube, ich habe Interesse hier. Ich habe mich gerade mal geworfen, dass er mir dort drin ging. Ich habe mich gerade mit dem Mann gesehen. Ich habe dich hier mit dem Mann gehen. Ich habe mich gerade mit dem Mann gesehen. Aber ich habe auch noch gekauft. Aber ich habe auch einen ganzen Mann gesehen, Aber ich hatte es nicht so gut, dass ich nicht so gut. Ja, das fand ich doch mal interessant. Auf jeden Fall wurde irgendwas über den Geröll Steiner im Hintergrund erzählt, und zwar auf Russisch. Vielleicht ist wieder jemand bei euch dabei, der das Ganze mal übersetzen kann. Am besten dann mit Zeitstempel, dass alle anderen, die das in den Kommentaren dann finden, eben auch zu der Stelle einfach mal springen können. Also wäre ganz super, wenn irgendjemand von euch das hier auf Russisch oder das Russische auf Deutsch einfach mal übersetzen kann. Ich gehe mal stark davon aus, dass irgendjemand von euch Russisch können mag, vermute ich mal. Guten Tag, Herr Steiner, ich ist Roger Hansen. Ich habe Ihnen gerade eine E-Mail geschickt mit den Zugangsdaten für Ihr Krypto-Konto und wie Sie ein Coinbase-Konto, Ihr privates Coinbase-Konto öffnen kann. Bitte E-Mail antworten, wir können dann einen Termin machen für morgen, übermorgen, nächste Woche, wenn es Ihnen passt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, und den Schlau-Kopf haben wir tatsächlich auch schon mehrfach hier bei uns in der Leitung gehabt. Einmal hat er gleich aufgelegt, weil er gemerkt hat, oh, wir kennen uns wohl. Und einmal haben wir ziemlich lange telefoniert. Also dazu gibt es hier auch schon ein volles Video. Ich glaube, es ging auch rund eine ganze Stunde mit dem Trottel vom Dienst. Jetzt hat er hier nochmal auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Also das ist auf jeden Fall komisch, dass immer wieder die Leute für den Herrn Steiner anrufen und vor allem auch immer wieder die gleichen Leute, obwohl sie doch wissen, dass sie hier von mir schon bereits verarscht wurden. Also ich kann es nicht nachvollziehen, aber irgendwie lernen die Callcenter scheinbar auch nicht daraus. 2.531.876 Ihre PIN 2.630 zur Bestätigung hier klicken Sie haben eine Textnachricht von Ja und was das ist, Was das hier für ein Blödsinn war? Ich habe wirklich keine Ahnung, aber ich habe es auf meinem Anrufbeantworter gefunden und dachte mir, ich zeige euch das Ganze hier auf jeden Fall auch mal, weil, ja, weiß nicht, was das für eine Masche sein soll. Auf jeden Fall war es ja irgendwann irgendein Kreditunternehmen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat die neue kleine Schnipselparty gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne wie immer mit einem Daumen nach oben. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr den Kanal abonniert, sofern ihr das noch nicht getan habt. Ja, und jetzt findet ihr hier noch die Playlist mit allen anderen Videos von mir. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.